Ja, wir haben mal diese Feuergeschichte gehabt, wo wir uns aus Versehen angezündet haben, also mehr oder weniger mit Benzin. Hey Kinder, was geht bei euch ab? Hello Team. Hören sich gut an, hören sich sehr gut an. Ich habe halt eine Frage an euch und zwar, wie wahnsinnig oder leichtsinnig, ist das nicht direkt miteinander verwandt, aber Wahnsinn kann mit Leichtsinn auch mal gerne Hand in Hand einhergehen. High-Waist-Down. Nein, nein, nein. Another one, eh. Oh, 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 komm schon, nein, was war... Ich habe vor kurzem auf 9-Gag folgendes gesehen und dann auch vorhin nochmal von Wallin erzählt bekommen, diese Sachen mit der Frau, die ihren Freund erschossen hat, für ein YouTube-Video. Ich weiß nicht, wie die Umstände genau waren und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt der Wahrheit entspricht, aber ich habe es eben von einigen Seiten und Quellen gehört. Vorklöpfe. Ich habe keine SIS-Be... Also um das direkt klarzustellen und ich will auch nicht über dieses Beispiel speziell reden, sondern ich will darüber reden, würdet ihr etwas vergleichbar leichtsinniges machen? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Seid ihr ab und an schon des Wahnsinns einhergefallen und habt irgendwas total Bescheuertes gemacht? Keine Ahnung, über die Autobahn gerannt oder so ein Kram. Manchmal drücken sich einem wirklich merkwürdige Dinge durch den Kopf. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ab und an hat man Ideen, wo man sich denkt, wenn ich das machen würde... Aber man denkt drüber nach. Und es gibt zwar in einem drin sowas, was einen bremst, aber trotzdem denkt man drüber nach und habt ihr sowas auch manchmal wirklich kranke Gedanken. Oh, das ist auch nicht. Okay, wir mollieren da hinten. Ah, er ist schon tot, alles klar. Krass, Mann, wie wir die legen. Nice. Wir haben zum Beispiel mal, das habe ich schon erzählt, diese Feuergeschichte, wo wir uns... GeForce wird aktualisiert. Wollt ihr schon immer auf und GeForce... Ja, wir haben mal diese Feuergeschichte gehabt, wo wir uns aus Versehen angezündet haben. Also mehr oder weniger mit Benzin. Das habe ich schon erzählt, das will ich jetzt hier nicht nochmal großartig breit drehen. Darüber gibt es ein eigenes Video, das werde ich euch einfach hier unten verlinken. Im Zuge dessen haben wir in einer anderen Sitzung, glaube ich, oder war das am gleichen Tag, ich weiß es nicht, wir hatten einen Gasbrenner dabei, so eine kleine, wie so eine Art Bunsenburner, eine Lötlampe, nee. Und wir hatten da eine Höhle und da stand das Teil drin. Und leichtsinnig, wie wir damals waren, haben wir mit dieser Lötlampe in der Höhle rumgespielt und die waren so... Wir waren halt noch ultra jung, keine Ahnung, was wir uns dabei gedacht haben, voll gescheuert. Wir hatten hinten einen sehr kleinen Raum, der nur ganz, ganz kleine Öffnungen hatte, die so mittelmäßig oben gelegen haben. Und natürlich schon mal keine guten Voraussetzungen für Spielchen mit Gas. Wir sind dann aus der Höhle kurz raus und haben aber den Gashahn praktisch offen gelassen. Es war eine recht große Kartusche, die wir da dabei hatten und wir wussten nicht, dass das Teil noch offen ist. Drinnen in diesem sehr kleinen Höhlenbereich, in diesem Loch praktisch, hatten wir Kerzen stehen, damit wir was sehen können. Und das Gas strömte die ganze Zeit aus. Ich bin dann irgendwann rein, um was aus meinem Rucksack zu holen, da standen auch unsere Rucksäcke. Und ich komme rein und rieche einfach dieses Gas und denke mir nur, oh, shit. Ich befinde mich in diesem Raum, voll mit Gas und Kerzen stehen da, so auf Kopfhöhe, in so kleinen Kerben. Das war alles Sandstein, diese Höhle, auch total bescheuert. Und wir haben da drin in der Höhle gebuddelt. Wahnsinn eigentlich. Und ja, voll mit Gas und Kerzen. Ich habe natürlich sofort den Brenner ausgemacht, Kerzen aus, Taschenlampe, scheiße. Leute, da drin, Gas. Oh nein, Klaus. Und das war wirklich eine saubröde Sache, die wir einfach nicht begriffen haben zu der Zeit. Wir haben da einfach nicht drüber nachgedacht. Und das ist schon so ein bisschen bescheuert. Wenn man älter ist, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache, wenn man sowas macht. Denn im vorangeschrittenen Alter sollte man weniger leichtsinnig sein, auf jeden Fall. Weil man sich schlicht und einfach mehr oder besser über die Gefahren bewusst ist von dem, was man eben so tut. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr gerade jetzt im vorangeschrittenen Alter schon extrem leichtsinnige Sachen gemacht? Oder sagt ihr euch, hey, ich bin ein erwachsener, wohlerzogener, kluger Mensch und ich bin nicht leichtsinnig. Oder so. Fuck, one forklift. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wurde kurz angerufen, als ich eben gestorben war. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Lügt nicht. Ich weiß es. Ihr habt das alles. Täglich macht ihr sowas. Die ganze Zeit. Ihr leckt an Hunden oder sowas. Ich weiß es nicht. Was kann man leichtsinniges machen? Hunde beißen. Ihr beißt Hunde. What? Ich dieses Level-System in CSGO selbst, dieses Major und General und was weiß ich, ist es auch von den Sternchen und von den Punkten abhängig. Ich muss nämlich endlich Level 21 kommen, damit wir geprimed spielen können. Oh shit. Fuck. Die Matchmaking machen nämlich keinen Spaß, weil man merkt, dass wir wirklich, wirklich, wirklich einen Cheater gegen uns haben. Oder zwei oder drei Cheater gegen uns haben, weil wir eben Prime spielen. Das ist da nicht so edel. Und ich will ja, dass die Viewer Games, wenn wir Livestream machen und alle zusammen am Pimmeln sind, dass es da auch gut reingeht. Ja? Dass wir eben nicht, äh... Fuck, läuft das down. Kackwürste am Start haben als Gegner, sondern wirklich gemütlich spielen können. I gotta plan for me. My city's bound. My city's bound. Jawohl, dude. Und deswegen muss ich ganz schnell aufleveln auf 21. Mir wurde gestern gesagt, man könnte es in drei Stunden schaffen, auf Level 21 zu kommen. Könnt ihr das bestätigen? Das hieß, wenn man drei Stunden durchspielt, äh, auf bestimmten Moden, ich glaube es war Gun Game oder, ähm, also Arms Race oder sowas, dann sollte man oder würde man es sehr schnell schaffen, auf Level 21 zu kommen. Ich dachte, es dauert ein bisschen länger. Wobei ich es nur sehr schwer einschätzen kann, denn ich habe in meinem zweiten Account eben noch nicht so viel gespielt. Der ist close wieder, der Sack. Pass auf. Ja! Ich wusste es. We're still left side. Nice. Wie konnte ich den nicht treffen? Was mache ich? Ich dachte, er wäre hinten am Spot. Hinten links, nicht vorne links. Scheiße. So, jetzt will ich es nochmal wissen auf B. Obwohl, geht ihr auch damit? Naja, dann lieber nicht. Wenn die einmal schießt, dann pusht er wahrscheinlich eh und dann... Ach, dann pusht er jetzt schon. Guck mal, der pusht, der pusht. Der ist hier close. Okay. Einer ist hier. Ha! Leckt mich doch am Ärmel. Scheiße. Wann ist er so ein B? Ace clear? Guckt euch das mal an. Der letzte ist auf B. Die Bombe liegt bei B. Orange muss die Bombe auf A tragen. Zum planten. Er geht aber lieber hin und holt sich den Kill. Der verschissene Bock. Auch wenn es nur noch einer ist und das Spiel ziemlich klar ein Win ist, sollte man sich trotzdem an Taktiken halten. Also zumindest daran, dass man die Bombe möglichst legt und danach jagen geht, wenn man unbedingt jagen möchte. Wer steht da? Kobe! Ach komm! Das schwemme einfach fickt nach Kobe geworden und du Schweineprächstoff. Ich mache jetzt eine krasse AWP-Action. Hoffe ich zumindest. Ihr habt mich übrigens darum gebeten, dass ich solche Only One Weapon Matchmakings spiele. Das heißt, ich werde bald damit beginnen, alle Waffen durchzumachen. Auch wieder von den Pistolen angefangen bis hoch zur letzten Waffe. Ich werde jede Waffe nur ein Matchmaking lang spielen. Nicht irgendwie auf Kills oder auf Ace oder auf... Oh fuck, one is coming mid. He's behind, Orange. Ich werde auf kein Ziel hinspielen. Ein Win wäre natürlich schöner, wenn es ein Lose wird, dann ist es auch nicht schlimm. Denn ich will die Leute nicht abfacken. Es ist natürlich extrem nervig, wenn du jemanden im Team hast, der nur Glock spielt. Weil man wegen sowas wirklich verlieren kann. Und da fühle ich mich jetzt auch schon so ein bisschen schlecht. Nichtsdestotrotz haben es schon viele YouTuber gemacht. Ihr kennt vielleicht Random Rambo, der hat diese Pistol Heroes gemacht und Waffen Heroes. Da hat er sich die ganze Counter-Strike-Accounts mit einer einzigen Waffe auf Global gespielt. Er hat nur mit Deagle auf Global gespielt. Oder nur mit USPS, nur damit von Null auf Global gespielt. Damit hat er zwar irgendwann aufgehört, weil es zu hart geworden ist. Aber ja. Und wenn er sowas machen darf, dann darf ich sowas auch machen. Ihr könnt an der Stelle nochmal sagen, wie ich es vielleicht teammate-gerechter durchführen könnte. Ihr wollt, dass ich resolut eine Waffe spiele. Ausschließlich diese Waffe. Natürlich werde ich auch kaufen und den Leuten Waffen droppen und sowas. Und auch eine dabei haben, dass wenn ich tot bin, dass jemand die Waffe aufheben kann. Die Hauptwaffe. Aber wenn ich jetzt halt ein Only Glock Spiel zum Beispiel mache, dann kann ich halt selbst nur Only Glock spielen. Schreibt bitte hier mal ganz kurz, wie ihr das findet. Überhaupt diese Idee. Sie wurde jetzt von einigen gebracht. Ich habe sie so noch nicht öffentlich erfragt, ob ich das wirklich machen soll. Ich fände das ziemlich interessant, um einfach zu schauen, mit welchen Waffen man eben so pimmeln kann. Highways down. Ich habe die gar nicht gesehen, ne? Fuck, man ist uns verweichert. Warum gehe ich nachladend und nach rechts schauend dahinten? Ja, okay, nach rechts. Auf Fans gucken war ja in Ordnung. Oder MBK. Aber ich lade nach und gehe auf den Spot. Egal, ob jetzt vor mir einer steht oder links von mir. Ich lade gerade nach. Ich habe also praktisch die Hosen unten und schiebe mir gerade einen Besenstiel in den Arsch. So ungefähr. Ist die Bereitschaft, um eben zu killen. Also gar nicht vorhanden. Diesbezüglich würde ich gerne eure Meinung hören. Ihr könnt auch gerne so eine Art Abstimmung machen, beziehungsweise ich könnte erst nach diesem Video entscheiden, ob ich es wirklich mache. Ich gucke, wie die Stimmen dafür sind. Positiv, negativ. Was überwiegt. Und dann mache ich es oder eben nicht. So könnten wir es aufeinrichten. Ich denke, es wäre eine wirklich coole Serie. At least two in front of me. Three. Oh, nice. Er drückt unmenschlich hart, ne? Der Grüne. Tag, moins. Wuhu. Au, au, au. Hey, 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 hey. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt auf dieser kleinen Elo hier wirklich nur gute Mades. vom Skill her gut, sowie auch vom Mate-Skill her gut. So. Also ich bin ja manchmal beschissener unterwegs, so wie gerade eben. Ich hab den Kollegen echt wild sterben lassen, aber ich hab halt auch gerade wieder eine Nate in der Hand gehabt. Wie immer, ihr kennt mich ja, Utility-Meister und sowas. Oh my god, there you go. Now it's away. Wenn ich dieses Projekt machen darf von euch aus, freu ich mich extrem auf die Tech-9-Runde. Die wird der Hammer. Babababababab. Shit, jetzt hab ich keine Nails gekauft. Oh man. Aber dafür Cash-Lieblings-Map. Es ist sowas von cool hier mit den Mates. Es ist so lässig. Die Callen, die sind total gut drauf, gut gelaunt. Achte. Jetzt komm ich drauf gewallert. Und ich bin einfach tot. Jo, Muller. Du Bock. Das ist jetzt doch nicht möglich. Ich dachte, jetzt mach ich einen Ace mit den letzten dreien. Wisst ihr, was ich jetzt mach? Schweinig, wie ich bin. Ich komme zu euch und mach euch kaputt. Oh yeah, die killen sich gegenseitig. Oh shit. Oh mein Gott. Was? Das war wirklich jetzt fucking weak. Warum kommt der denn einfach? Da will ich meinen Negev-Skill rauskloppen und dann sowas. Fucking lächerlich. Jawoll, gleich wieder Level-Up. Oh, die Skill-Gruppe ist hochgestiegen. Jo, no, ich, dude. Ich will nichts mehr hören von wegen Smurf und so. Das hab ich im letzten Video angesprochen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann schaut rein. Es ist hier am Schluss gleich verlinkt. Ich bin gespannt, wie ihr auf die Fragen antwortet, die ich euch jetzt hier über das Video gestellt habe. Vor allem eben speziell diese Gun-Game-Matchmaking-Geschichte liegt mir doch sehr am Herzen, weil ich es bald starten wollen würde. und ich eben wissen will, wie ihr dazu steht. Wenn ihr alle sagt, es ist totaler Scheißdreck, dass das ist, dann muss ich mich da auch nicht reinsteigern in die Sache. Ich werde vielleicht testweise eine beziehungsweise die erste Runde aufnehmen, damit ihr seht, wie es so ist. Damit ihr da auch nochmal spezifisch entscheiden könnt, ob euch das wirklich gefällt. Ich denke, ich werde da ganz anders schneiden. Und keine Sorge, diese Gun-Game-Matchmaking- ersetzen nicht die normalen Matchmaking. Die kommen ganz normal noch. Ganz alles cool. Das soll ein neues Projekt werden. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Die sind wahrscheinlich anders geschnitten. Und dann mache ich ein Beispiel, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und dann können wir nochmal entscheiden, wie es eben so aussieht. Aber die ersten Tendenzen würde ich jetzt schon gerne hier erfahren, wie es so steht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh yeah. Look at this skin. Habe ich vor kurzem ein Geschenk bekommen von Ringfrett. Hier extra für meinen zweiten Account, dass ich hier auch was habe. Nach der Primal Saber, oder wie sie heißt, mein Lieblings-UMP-55-Skin. Sehr geil.